Wie geht los? Hallo liebe Fans von Superilu Facebook, liebe Freunde von Superilu. Mein Name ist Stefan Kobus, ich bin Chefredakteur der Superilu und das hier ist die Goldene Henne. Am 13. Oktober in Leipzig verleihen wir Deutschlands größten Publikumspreis. Noch genau zwei Monate, einen Tag, dann geht es los. Die Veranstaltung ist restlos ausverkauft, aber ihr könnt trotzdem noch dabei sein. Ihr müsst 18 Jahre sein und weiblich, denn wir veranstalten dieses Jahr zum ersten Mal die Wahl zur Miss Goldene Henne 2017 mit unserem Partner der Rotkäppchenseck Kellerei. Macht mit, bewerbt euch, schickt uns ein Foto, ein Video, warum ihr dabei sein wollt, warum ausgerechnet ihr Miss Goldene Henne sein wollt und könnt. Alle Teilnahmebedingungen findet ihr auf unserer Website superilu.de. Ich freue mich auf eure Mails und auf eure Videos und einen schönen Tag, Stefan Kobus und die Goldene Henne.